Und ich begrüße im Studio den Politikwissenschaftler Professor Luther Kühnert. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Walter. Seit viereinhalb Jahren läuft das so. Und seit Juni 2016 haben auch wir schon oft hier gestanden. Und ja, Politiker, Journalisten, ganz Europa haben sich jahrelang die Köpfe gerauft. Und jetzt ist wieder so ein Abend, wo man denkt, mein Gott, die hätten doch so viel Zeit gehabt, über all diese Dinge zu reden. Ja, es ist so langsam das Ende dieses Trauerspiels. Denn das ist es ja. Ein Trauerspiel von der ersten Minute an, vor viereinhalb, vor fünf Jahren, als es um das Referendum in Großbritannien ging. Und heute, wo immer noch kein Ergebnis vorliegt, ist es wirklich nur noch ein Trauerspiel. Angesichts einer Welt, die sich rasant um Europa herum gedreht hat. Mitte November haben 15 asiatische Staaten, asienpazifische Staaten, die ASEAN-Gruppe China, Australien, Neuseeland, Japan, Korea das größte Freihandelsabkommen der Welt geschafft. Die Afrikanische Union strebt ein Freihandelsabkommen mit einem Fahrplan an, der inzwischen ausgelegt ist bis 2063. Und Europa zerstört ohne Not eine gute partnerschaftliche Beziehung nach 47 Jahren EU-Mitgliedschaft und hat es entsprechend schwer, jetzt irgendwie die Scherben zusammenzuklauben. Vor allen Dingen auf britischer Seite ist man so sehr, die Brexiteers haben sich so sehr verzockt, sind so sehr in eine Sackgasse geraten, dass wir haben es gerade gehört, also kaum noch Spielräume für einen Kompromiss möglich sind. Die EU ist immer zu Kompromissen bereit gewesen, auch jetzt in den letzten Tagen, in dieser Verhandlungen von Barnier. Aber wir werden vermutlich also bis morgen, übermorgen, Donnerstag bis zum EU-Gipfel warten müssen, um ein Ergebnis möglicherweise doch noch zu erleben, dass letztlich aber eine Blamage und ein Trauerspiel und eine Niederlage für alle Beteiligten ist. Ist das jetzt in letzter Sekunde Zockerei, um zu zeigen, wie dramatisch es ist und dann vielleicht in der letzten Sekunde noch was für sich rauszuschlagen? Oder ist es einfach Unfähigkeit? Das ist Zockerei basierend auf der Unfähigkeit in der Analyse dieser ganzen Thematik. Der tiefe Riss in der Tory-Partei in England, in Johnsons Regierungspartei, ist nicht gekittet. Wir haben es gerade aus diesem Einspiel aus London auch gehört, seine Spielräume sind so gut wie null. Aber in dieser ganzen Frage kann es in wesentlichen Punkten nur zu Kompromissen kommen, wenn man ein Ergebnis will. Und die EU kann an zwei entscheidenden Baustellen keine Bewegung vornehmen. Sie kann nicht die regelbasierten Grundlagen der Wettbewerbsordnung, des Beihilferechts, der Wettbewerbsregeln, dem Herzstück des Binnenmarktes aufgeben. Wenn Sie das gegenüber einer bei aller Sympathie für Großbritannien, muss man es doch sagen, mittelgroßen Wirtschaftsmacht täte, wie will sie dann ihre Muskeln spielen lassen gegenüber den Internetgiganten der USA, gegenüber den staatsgeförderten Betrieben Chinas, wenn sie da in diesen Fragen, also der Regelwerke des Wettbewerbsrechts in Europa einknicken würde. Wo könnte Boris Johnson nachgeben, ohne sein Gesicht jetzt in Großbritannien völlig zu verlieren? Bei diesen Fragen des sogenannten Level-Playing-Fields wird er nachgeben müssen, wenn er überhaupt zu einem Ergebnis kommen will, zollfreier Zugang ohne Mengenbegrenzungen, zollfreier Zugang in den EU-Binnenmarkt ist nur zu haben, wenn Großbritannien Umweltstandards, Arbeitsmarktstandards akzeptiert. 50 Prozent der britischen Exporte gehen in die Europäische Union. Das ist nie und nimmer mit Handelsverträgen mit anderen Partnern auf der Welt zu kompensieren. Da hat ja auch Großbritannien im Grunde die Hälfte bestehender Handelsbeziehungen verloren, weil sie nicht mehr Teil der EU und ihre Handelsbeziehungen zu über 70 Staaten der Erde sind. Aber all dies funktioniert nur auch gegenüber anderen Partnern, wenn die Grundregeln auch der rechtlichen Abstimmungen über die Frage, wo man denn bei Konflikten Schiedsgerichte anrufen kann, akzeptiert. Großbritannien, solange es Nein sagt zu einer Rolle des Europäischen Gerichtshofes, wird es schwer haben, hier wirklich die Kompromisslinie zu finden. Minder bitte um eine Schlusseinschätzung. Wenn das also nicht funktioniert, wenn das nicht klappt und auch am Donnerstag, Freitag, der EU-Gipfel zu keinem Ergebnis kommt, Was erwartet Großbritannien und was erwartet uns dann am 1. Januar genau? Uns erwartet alle eine stärkere Bürokratie. Zollabwicklungen, wie wir sie vor dem Beginn der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in den 50er Jahren erlebt haben. Lange Warteschlangen an den Grenzen. Das heißt, Schwierigkeiten, Lieferketten aufrecht zu erhalten. Das ist auch für Großbritannien wieder viel problematischer, weil 40 bis 50 Prozent aller Lebensmittel, die in Großbritannien konsumiert werden, aus der EU eingeführt werden. Uns erwarten, und das gilt auch für Arbeitnehmer, das gilt für Studierende, höhere Kosten. Es würden Visa kostenfällig, um in Großbritannien sich länger aufzuhalten, möglicherweise auch umgekehrt. Das Entscheidende, und was man ja mit allergrößter Sorge rund um die Welt betrachtet, ist die Frage, wie es denn wirklich mit dieser gläsernen Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland aussieht. Und der gewählte amerikanische Präsident Biden hat ja schon mehrfach zu Recht auch seine Sorge geäußert, dass dieses ganze Carfaiters-Abkommen möglicherweise untergraben werden könnte durch neue Unsicherheiten über die Zustände, die ökonomischen und sozialen Zustände in Irland. Wenn Boris Johnson noch ein Quäntchen Verantwortung in sich trägt, nach diesen ganzen Zockereien der letzten Zeit, dann meine ich, muss er in diesen Fragen, wo es um die Regelwerke für einen Freihandel mit der EU geht, sich bewegen. Vielleicht kann er dann gleichwohl als Triumphator aus dieser Brüssel einer sozusagen Löwengrube wieder zurück nach Hause fahren. Möglicherweise trifft er ja die ganze Gruppe seiner Staats- und Regierungschefskollegen auch am Donnerstag, wer weiß, wo das alles noch hinführt in den nächsten Stunden. Aber jedenfalls in der Substanz wird es von Großbritannien Bewegung in Bezug auf die Schiedsgerichtsbarkeit in Konfliktfällen im Binnenmarkt geben. Denn sonst wird es diesen Freihandelsvertrag mit der EU leider nicht geben können. Professor Kühnhardt, das Thema bleibt uns erstmal erhalten. Aber vielen Dank für Ihre Analyse. Danke, Herr Bader.